Ich wollte gerade fragen, wo wollen wir letztes Mal, aber jetzt öffnet sich so langsam die Map. Ich kriege ein paar random Aufträge, wir müssen nicht mehr strikte Hauptstory folgen. Das machen wir doch direkt mal, ne? Ach genau, wir haben ja unser Geld weggebracht. Komm lauf mir rum, wie ein Piggybleiner ist. Das fand ich bestimmt letztes Mal cool. Das ist die A-Fuzzi, was ist das? Emanuel kontrolliert von hier aus das ganze Marihuana-Geschäft. Können wir doch mal vorbeischauen, ne? Das ist die Hauptquels wahrscheinlich. Oh, Verteilerkasten, dann gehen wir da doch als erstes hin. Ah, das können wir abhören. Oder die Maps ja riesen. WTF? Alles klar. Wo ist der Weg rum? Ich wusste es. Oh, guter Song. Sehr guter Song. Oh, da habe ich schon so viel zu besoffen zu dem Song. Das war ich nicht mehr normal. Was ist das? Oh, doch überall Zeiten. Ich bin ein bisschen überfordert. So, ein guter Song. Oh, tata 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 tata. Songues. Hmmm. Recherchen. Yeah. Well, I do know that I love you. And I know that if you love me too. Oh, I don't know how this would be Hey there, new porto! It's your uncle Lou. What are you doing this week here? Bring the family down to the French war for good eats and good. Lass dich doch mal anschauen. Wie geht's? Der beste Abhöhlen ist immer geil. Oh. Oh Gott. Ich bin jetzt erst mal verkackt. Ja, verdammt. Es braucht bloß einen Strick und es hat sich was mit der Stimme des Holos. Ha, 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 ha. Interessiert sie das, wenn ich das hier aufbrechen? Wer ist sie? Der fühlt nichts Gutes im Schilde. Der Laden ist ja sogar noch am Laufen. Ah, ha, ha, ha. Du hast mitgenommen. Abfahrt, wir fahren wieder los. Hier sind wieder andere Sachen hier am... Ich denke, was ist das hier? Ist das mein Wegpunkt, oder was? Ich weiß, das ist die Marihuana-Geschäfte der Hobsäme eigentlich. Was war noch hier irgendwie? Ich mach mal auch nicht so. Aber Fix of All of Fame nicht mehr Motiv. Das du weißt, weißt du? Ichuche... Ich weiß, das stimmt. Ich kann nicht mehr Motiv. Ja, ich fahre entspannt. Da sind die Marihuana-Geschäfte wieder, oder? Also, ich sehe die Häuser. Ich fahre da jetzt einfach rein. Hallo! Vorwappen! Vorwappen dabei? Joa. Hä? Jetzt ist das Zeichen wieder weg. Jetzt ist aber ein Ausfahrt. Hm. Ich glaube, es wird trocken da. Oh Gott! Er hat eine Waffe! Ja, hab ich nicht. Oh! Vielleicht doch da mit den dicken Waffen auftauchen. Kann ich nicht ausschalten. Keine Zivilisten. Oh! Oh! Ja! Ach, das sind unsere Jungs! Ach Gott! Du! Feindlich! Oh! 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 Chuter! My Points sind Badges, wenn nur ma so. Also scheiße Gah. 著 Settings Hat auf H1M oder Pruf, wie spielst du deine Badges. So wie schiaiße godt. Ja. Da mates dr socks. Wir hatten gerade eine kleine Konversation über Richie Doucette. Hören Sie, ich habe nichts getan, okay? Ich weiß rein gar nichts. Ich bin nur die Straße runter, ich war spazieren und sie hat mich geschnappt, das ist alles. Du gehörst zu Dixie Mafia. Nein, ja, ich meine, scheiße, ich habe es nur wegen dem Geld getan, verstehen Sie? Das ist nichts Persönliches, wisst ihr? Ich bin ja nicht mal bewaffnet. Wo ist Doucette? So ein Schiehen kann das sein. Er ist in dem verlassenen Vergnügungsparkt bestlich von hier. Hörst du auch fünfmal nachfragen, das bist du dumm, oder was? Das ist nur, weil ihr so ein Chaos macht. Georgie, er dreht durch, er ist auf dem Kriegspfad. Er will Richie tot sehen. Richie hat sich den Rest vom Heroin gekrallt und ist abgehauen. Er wollte abtauchen, bis sich die Sache mit Georgie beruhigt hat. Wie viele Männer sind bei Ihnen? Scheiße, ich weiß nicht, alle nehme ich an. Gib mir das Messer. Nein, bitte, nein, ich habe doch nichts getan. Bitte, ich flehe euch an, meine Mama, meine arme Mama. Los, hol ab hier. Er könnte du, Seth, warnen. Der Junge ist völlig ungefährlich. Der rennt jetzt nach Hause zu Mama. Dein Wort in Gottes Ohr. Das wird sonst verdammt teuer. Oh, ich habe hier auf einmal die Klamotten an. Ihn Handel und die Position übernommen, damit die Richie und Dixfinger, sie haben doch gelockt. Ah. Dann mag Macano ran? Entanne und übernimm seine illegalen Geschäfte. Das ist wahrscheinlich sein. Ja, natürlich. Also, ich... Hier und erledige Richie und Dixfinger, die ist auch noch Marshall. Das sind unsere Jungs, ne? Soll ich mal eine Legende oder so? Was ist los bei euch? Na gut, aber... Dann nehme ich mein Auto schon wieder weg. Ich nehme einfach die Karre. Das ist die gleiche, ne? Ich muss die wirkliche, dann kann ich es vergleichen. Ich lasse das mal laufen. Ich mache jetzt ein bisschen auch fest. Komm, besser Rauno. Nein, ist nicht dein Ernst. Zum Rummelplatz? Was ist denn das jetzt für mich so? Das ist ja ein volles Wasser. Falls es regnet, ist es überschwemmt. Und dann soll ich hier in den Rubbel reingehen? Das ist ja gerade ins Wasser gefallen. Jetzt gehen wir jetzt ab. Wenn der Richie... Ich habe ein mieses Gefühl dabei, Mann. Richie muss endlich mal mit Georgie ins Reine kommen. Er hat auch keine andere Wahl. Sonst sind wir alle gefickt. Wie deine Mutter nach dem Abschlussfall. Das hört sich ja so vorgelesen an. Das hört sich ja so vorgelesen an. Soll ich die snipen? Nicht mal ein Headshot. Ah, da ist wirklich mal dabei. Ach, was wird denn das für eine Mission? Was für ein Ruhemplatz, wo alles voll Wasser ist. Was stimmt denn nicht? Was ist mit der Sniper los? Ja, das ist ein bisschen viel Shot für ein paar Sniper. Warte, oder? Easy. Dein Kopf. Da ist das gar kein Kopf. Dazu, Alter. Na, der Drechsel. Komm doch mal raus. Zwei Schuss noch. Ich habe mal was hier. Der will ja auch nicht. Ich nehme mal was anderes mit. Das ist ein Schmutzwort, ne? Okay, warte mal. Komm schon gleich mit einem Trailer. Oh, schön. Jetzt haben wir nicht zu nach Nachladen raus. Oh, okay. Okay. Keine Ahnung, wirklich fast gemacht. Was für eine Karte. Was sind diese Dreckswaffen? Warum alle verschieden? Ich krieg gar keine Muni zusammen. Vielleicht ein Glück. Wo ist es an, Bruder? Okay. Aber ein Polar. Clean, 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 clean. Ich denke mal beim... beim Klaufen. Ich muss gucken, ob es ein paar vorne herklinge geht. Kann ja nur jemand was liegen lassen hat. Äh, sieht nicht so aus. Die werden wahrscheinlich auch vom Map angezeigt werden. Wird ja alles angezeigt. ... ... Oh, Maschallah! Entweder Revolver oder das. Nichts anderes hier. Jetzt werden wir mit der Revolver. Ne, mit der Hartmann. Däger, die Lache. Scheiße, Mann. Ich wollte mit diesem ganzen Mist nichts zu tun haben. Etwas später müsst ihr anders zu überlegen. Also raus da mit dir, du Feigling! Sonst erschieß ich dich selbst! Scheiße, verdammt! Er hat keinen Bock... Er hat keinen Bock rauszugehen. Im Arsch geschossen zu werden. Komm mal raus! Kommt er denn raus? Ach, auf der Seite oder was? Ja, Mann. Die müssen erstmal von der Seite rein. Oh, ja. Scheiße, gelaufen. Kein Bock. Irgendwer hat gerade gerotzt. Er hat keinen Bock. Ah, dann muss er doch gleich nochmal hierher kommen. Und die beiden da vorne müssen sich auch noch was bilden. Vielleicht hier besser... Ah, jetzt splitten sie sich, oder was? Erstmal den hier machen. Ja, ja. Oh, 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 ja. Das ist so. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, nein. Oh, nein. Oh, Bruder. Oh, ja. Das ist doch jetzt nicht so. Wo war das hin? Seine Freunde sind alle Pissen, gleichzeitig. gibt es hier noch etwas geiles alles schriftlich normale pistolen so langweiler wo die waffe war eigentlich gar nicht schlecht mit einzel schuss hier schuss drin und kannst du halt verballerst nicht automatisch ist das hier die bayou monster show ich habe es nicht so mit kinder karussells aber ich glaube an den rubel im ernst jetzt er führt uns geradewegs ins maul des monsters scheiße warum musste ich auch mein maul aufmachen das wird schwierig wenn die da nicht weggehen besser ist das doch er guckt genau hierher besser die behindert oder was ich bin der beste ja ja du bist meiner ich habe ihn hier drüben nein so ein schmutz ich schieße schneller lucky luft der fing es mal einen revolver Letzverbeudig! Kannst du vor sein, dass ich nachladen muss? Headshot Master. Wer war da hinten, bis es da... Viel Schuss habe ich nicht mehr. Wo bist du denn hergekommen? Oh, ich kann doch was werfen. Das stimmt. Wo sind die nächsten Gegner? Werb mal! Werb! Hallo! Werf ich? Aha! Aus dem Handgelenk! Damit Lot's hier halt aus ihrem Verstecken, ne? Ich werde deinen Arsch grünen! Du machst gar nichts! Ich brauche ne neue Waffe. Was vernünftiges hier. Ah, Wormtappen, oder? Nur noch Wormtappen. Du hast dich mit den falschen Weißen angelegt! Oh, was? Du lebst doch knapp! Und hört euch meine Geschichte an! Lass es, weil ich überlasse dir einfach alles! Okay. Lass, lass mich bloß in Ruhe bevor du verletzt wirst! Oh! Oh! Ich wollte mich doch verarschen! Oh! 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 Ich bin hier weg! Vielleicht können wir vielleicht ein bisschen Feuer machen! Oh! 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 Oh, Digga! Mit seiner Munition ist alle! Feuer! Gar nichts! Keiles, Anne! Habe ich ihn geholt? Digga, wo ist der andere? Ich sehe nix in dem Licht. Habe ich ihn geholt? Ich habe mich selber angezündet. Das ist jetzt wie bei Hand, Digga, dass ich mir einfach ein gesundheitsbein empfehle. Nee, warte mal, die sind hier noch nicht fertig. Gib mir mal die Waffe. Willst du einen Schuss nur? Das ist doch meine Alpe. Ich guck mir doch mal kurz unten, bevor ich die Ficke. Nur Packwaffen. Gut. Alright. War eine nice Mission. Geht's noch? Du musst einen Knall haben. Denkst du, du spazierst hier rein, klaust mein Heroin und keiner merkt was? Ich bin nicht hier wegen deinem Heroin, Richie. Ich bin hier wegen dem, was du mit Sammy und Alice gemacht hast. Ich hatte nichts zu tun damit. Ich habe gesehen, wie du Alice das Messer in den Bauch gerammt hast. Damals konnte ich nichts tun, aber jetzt sieht das anders aus. Scheiße verdammt. Das war doch nicht meine Idee, hörst du? Georgie steckt dahinter. Georgie und sein alter Herr. Die beiden waren es, die euch killen wollten, nicht ich. Was hätte ich denn tun sollen? Nein sagen? Entweder das oder sicher gehen, dass ich auch wirklich tot bin. Oh nein, nein, nein. Nein. Auja. Nicht. Bitte. Hör zu. Hör zu. Es ist doch Brauch, dass man einem Mann noch ein letztes Gebet sprechen lässt, oder? Nein, egal. Du kannst beten auf dem Weg nach oben. Ja, aber. Nein, bitte. Also, wenn die Polizei da ankommt, ne? Das sind wir nicht. Das sind wir nicht. Das sind wir nicht.